Dresden Als der Zug in Dresden einfuhr, konnte Sarah ihren Augen kaum trauen. Die wunderschöne barocke Architektur, die Frauenkirche und die Elbe waren atemberaubend. Sarah war zum ersten Mal in Dresden und sie war von der Stadt fasziniert. Sarah war eine Geschichtsstudentin und sie hatte immer von einem Besuch in Dresden geträumt. Die Stadt hatte eine reiche Geschichte, die sie sehr interessierte. Sie war gespannt darauf, mehr zu lernen und die historischen Orte zu besuchen. Nachdem sie in ihrem Hotel eingecheckt hatte, ging Sarah sofort zur Frauenkirche. Sie hatte so viel über dieses beeindruckende Gebäude gelesen und konnte es kaum erwarten, es mit eigenen Augen zu sehen. Als sie in die Kirche eintrat, fühlte sie eine tiefe Ehrfurcht. Am nächsten Tag besuchte sie den Zwinger, eine beeindruckende Palastanlage. Sie verbrachte Stunden damit, die Kunstwerke zu bewundern und die wunderschön gestalteten Gärten zu erkunden. Am Abend ging sie am Ufer der Elbe spazieren. Der Fluss glitzerte im Licht der untergehenden Sonne und die Silhouette der Stadt war einfach wunderschön. Sarah fühlte sich glücklich und erfüllt. Ihr Aufenthalt in Dresden war kurz, aber sie genoss jeden Moment. Sie hatte so viel gelernt und so viele schöne Orte gesehen. Dresden hatte ihre Erwartungen übertroffen und einen besonderen Platz in ihrem Herzen eingenommen. Als der Zug Dresden verließ und sie zurück nach Hause fuhr, lächelte Sarah. Sie wusste, dass sie eines Tages zurückkehren würde. Dresden hatte sie verzaubert. Die Schokolade Max liebte Schokolade mehr als alles andere. Als kleiner Junge hatte ihm seine Oma immer Schokolade gegeben, wenn er sie besuchte. Diese süßen Momente hatten seine Liebe zur Schokolade entfacht. Als Erwachsener arbeitete Max in einem Schokoladenladen in seiner Stadt. Er liebte es, die verschiedenen Sorten Schokolade zu verkaufen und seinen Kunden zu helfen, die perfekte Schokolade zu finden. Sein Wissen über Schokolade war beeindruckend. Er kannte die Herkunft jeder Kakaobohne, den Prozess der Schokoladenherstellung und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sorten. Max hatte einen besonderen Platz in seinem Herzen für dunkle Schokolade. Er liebte den intensiven Geschmack und das reiche Aroma. Aber er schätzte auch die Feinheiten von Milchschokolade und die Kreativität von Schokolade mit verschiedenen Aromen und Füllungen. Eines Tages hatte Max die Idee, seine eigene Schokolade herzustellen. Er wollte eine Schokolade kreieren, die den perfekten Geschmack hatte. Er las Bücher, besuchte Workshops und experimentierte in seiner Küche. Nach vielen Versuchen und Fehlern hatte Max es endlich geschafft. Er hatte eine Schokolade kreiert, die genau richtig war. Sie hatte einen reichen, tiefen Geschmack und eine perfekte Textur. Max war stolz auf sein Meisterwerk. Max fing an, seine Schokolade in seinem Laden zu verkaufen. Die Kunden liebten sie und bald war Max Schokolade die beliebteste in der Stadt. Max war glücklich. Er hatte seine Leidenschaft zur Schokolade in ein erfolgreiches Geschäft verwandelt. Und das Beste daran war, dass er jeden Tag Schokolade essen konnte. Im Zahnarzt Lisa hatte immer Angst vor dem Zahnarzt gehabt. Schon als Kind hatte sie die weißen Kittel, den Geruch von Desinfektionsmittel und das Geräusch des Bohrers gefürchtet. Als Erwachsene war diese Angst immer noch präsent. Aber eines Tages bekam Lisa Zahnschmerzen. Sie versuchte, die Schmerzen mit Hausmitteln zu lindern, aber nichts half. Schließlich gab sie auf und machte einen Termin beim Zahnarzt. Der Tag des Termins kam und Lisas Herz schlug schnell. Sie betrat die Praxis und das vertraute Unbehagen überkam sie. Aber dann traf sie Dr. Müller, ihren Zahnarzt. Dr. Müller war freundlich und beruhigend. Er erklärte ihr alles, was er tun würde, und versicherte ihr, dass er alles tun würde, um ihre Schmerzen zu lindern. Lisa fühlte sich etwas besser. Während der Behandlung war Dr. Müller sehr vorsichtig. Er arbeitete langsam und fragte immer wieder, ob sie in Ordnung sei. Lisa war überrascht, wie viel weniger beängstigend die Erfahrung war, als sie erwartet hatte. Nach der Behandlung fühlte Lisa sich erleichtert. Ihre Zahnschmerzen waren verschwunden und sie hatte ihre Angst vor dem Zahnarzt überwunden. Sie war Dr. Müller dankbar für seine Freundlichkeit und Geduld. Lisa ging mit einem neuen Verständnis aus der Praxis. Sie hatte gelernt, dass ihre Angst vor dem Zahnarzt nur in ihrem Kopf existierte. Mit dem richtigen Zahnarzt und einer positiven Einstellung war der Zahnarztbesuch nicht so schlimm, wie sie dachte. Mit zwei Hunden. Sophie hatte schon immer Hunde geliebt. Als sie endlich ihre eigene Wohnung bekam, entschied sie sich, zwei Hunde zu adoptieren. Sie nannte sie Bella und Max. Bella war ein energetischer Labrador und Max ein ruhiger Bode-Cory. Sie waren unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit, aber sie verstanden sich gut und wurden schnell die besten Freunde. Das Leben mit zwei Hunden war nicht immer einfach. Sie brauchten viel Aufmerksamkeit und Pflege. Sophie musste früh aufstehen, um mit ihnen Gassi zu gehen. Sie musste sie füttern, mit ihnen spielen und sie zum Tierarzt bringen. Es war eine große Verantwortung. Aber trotz der Herausforderungen war es auch sehr lohnend. Bella und Max brachten viel Freude in Sophies Leben. Sie begrüßten sie immer mit Schwanzwedeln, wenn sie nach Hause kamen, und sie waren immer bereit, sie zu trösten, wenn sie einen schlechten Tag hatte. Zusammen unternahmen sie viele Abenteuer. Sie gingen in den Park, machten lange Spaziergänge in der Natur und spielten im Garten. Manchmal fuhren sie sogar zusammen in den Urlaub. Sophie liebte es, die Welt durch die Augen ihrer Hunde zu sehen. Sie liebten die einfachen Dinge im Leben, einen guten Lauf, ein leckeres Leckerli, eine gemütliche Kuschelzeit. Sie lehrten Sophie, den Moment zu schätzen und das Glück in den kleinen Dingen zu finden. Das Leben mit Bella und Max war nicht perfekt. Es gab Herausforderungen und schwierige Zeiten. Aber Sophie würde es nicht anders haben wollen. Die Liebe und Freude, die Bella und Max in ihr Leben brachten, waren unbezahlbar. Studieren Erik war immer ein eifriger Schüler gewesen. Er hatte seine Schultage genossen und freute sich auf das College. Nachdem er sein Abitur bestanden hatte, bewarb er sich an der Universität in Berlin und wurde akzeptiert. Es war ein aufregender Moment in seinem Leben, aber es war auch beängstigend. Er war bereit für das Abenteuer. Am ersten Tag an der Universität fühlte sich Erik ein wenig verloren. Das Gebäude war riesig und es gab so viele Menschen. Aber er war entschlossen, sich anzupassen und das Beste aus seiner College-Zeit zu machen. Erik studierte Informatik. Er liebte die Logik und die Herausforderung des Programmierens und war fasziniert von der sich ständig verändernden Welt der Technologie. Seine Kurse waren anspruchsvoll, aber er war bereit, hart zu arbeiten. Es gab Zeiten, in denen Erik überfordert war. Es gab so viel zu lernen und die Prüfungen waren oft schwierig. Aber er hielt durch. Er verbrachte viele Nächte in der Bibliothek, studierte und arbeitete an Projekten. Es war anstrengend, aber er wusste, dass es sich lohnen würde. Erik lernte auch viele neue Leute kennen. Er schloss Freundschaften mit seinen Klassenkameraden, arbeitete mit seinen Professoren zusammen und traf Menschen aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen. Diese Erfahrungen erweiterten seinen Horizont und halfen ihm, neue Perspektiven zu gewinnen. Das College war nicht nur eine Zeit des Lernens, sondern auch eine Zeit des persönlichen Wachstums für Erik. Er lernte, unabhängig zu sein, Verantwortung zu übernehmen und sich Herausforderungen zu stellen. Er entdeckte auch neue Interessen und Leidenschaften. Nach vier Jahren harter Arbeit schloss Erik sein Studium ab. Es war ein stolzer Moment. Er hatte viele Höhen und Tiefen erlebt, aber er hatte es geschafft. Er war bereit für das nächste Kapitel in seinem Leben. Rückblickend auf seine College-Zeit, war Erik dankbar für die Erfahrungen, die er gemacht hatte. Er hatte nicht nur wertvolle Kenntnisse und Fähigkeiten erworben, sondern auch wichtige Lebenslektionen gelernt. Er wusste, dass diese Erfahrungen ihn auf seine Zukunft vorbereiten würden.